Eine wahnsinnig schöne Wiesen, wo wir wirklich für jeden was dabei hatten. Eine Qualitätswiesen, die viele Besucherinnen und Besucher aus München angezogen hat. Von Enkel bis Opa war alles da und wir haben festgestellt, dass man wieder viel lieber über die Wiesen schlendert, dass man die Fahrgeschäfte wieder stärker in Anspruch nimmt und dass man auch aus den Zelten einfach mal rausgeht und wieder reingeht. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Novität, die wir dieses Jahr mit Freude bemerkt haben. Wir haben aber auch mit Freude bemerkt, dass die Eude-Wiesen sich einer deutlich größeren Beliebtheit erfreut. Wir haben 50.000 Besucher mehr auf der Eude-Wiesen, die dieses Angebot in Anspruch genommen haben und genossen haben. Und wer einmal auf die Eude-Wiesen gegangen ist und Schulklassen gesehen hat oder Kindergartengruppen, die über die Eude-Wiesen marschieren und in die lachenden Kinderaugen gesehen hat, der weiß, dass wir da schon was richtig gemacht haben.